so ich bleib einfach up to date indem ich tägliche mache mit der jahre mit der es katastrophal war letztens was haben wir denn da ich habe könnte man ja guck mal besser als das hunter perk dieses seltsame mach du scheiße das haben wir dann auch das da ein maiden das weiße shadow ich bräuchte mal irgendwas noch für djens zum beschützen na scheiß drauf drei toolboxes kann mir vorstellen dass die nicht unerfahren sind und dann schauen wir mal ich muss nur mit vier beinen treffen das ist mir egal ach so meine gut jetzt haben die sogar noch alle zusammen an fangen zusammen an haben alle toolboxen das heißt die werden innerhalb von kürzester zeit einen generator fertig kriegen ich muss nur mit vier beinen treffen der erste sehr geil irgendwie habe ich mir gedacht dass ich wieder auf der karte lande was haben wir denn da das sind mindestens zwei keine ahnung wofür das gut war also habe ich zumindest schon mal einen haken so 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 Wir gucken Okay Leider keine Beilwürfe, aber es klappt so ganz gut Ne Ganz ruhig fertig machen Sorry Okay Wir werden sehen Hast du sowas von D-Strike? Nein, hast du nicht Zweiter Hooks Date für dich Ihr seid so einfach zu kriegen Ich muss immer noch Leute mit meinen Beilen treffen Bist Na gut, geht doch. Denk auch schon zum zweiten Mal. Renn weg! Willst du sowas wie ein D-Strike? Nein, willst du nicht. Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Ich habe die befürchten, dass die MMA von denen jetzt nicht so mega ist. Nein. Das wäre geil gewesen. Okay. Okay. Ha! Habe ich doch mit drei oder vier Weilwürfe getroffen? Ich weiß auch gar nicht. Auch tot? Ich weiß nicht, warum du geschrien hast. Gucken. Gucken. Okay. Die liegen nicht so mega günstig. Geil. Ich weiß noch nicht, ob ich dann hinkomme. Das ist ein schöner Punkt. Gleich muss sie was machen, sonst läuft ihr die Zeit aus. Immer noch nicht? Doch! Gott, ich hab meine vier. Nice. Sehr schön. Hat auch ganz gut funktioniert. Ich hab einen Kippel gekriegt. Nö, okay. Irgendwie hat doch bei denen gar nichts geklappt. Die armen Kerle. Okay. Haben wir noch was? Okay. Okay. Das geht mir aber gerade so hin. So, ich will nicht so viel spielen. Einen Pip hätte ich noch gerne. Und wem bin ich denn gut genug, dass ich einen Pip verdienen kann? Scheiß drauf, wie die bin. Iron Grip. Klappt. Yo. um eine sekunde ist nicht gerade so mega viel das soll ja das ist mal das tanks bleiben ok was haben wir denn hier habe ich glaube schon ein paar david kate und blub wir mögen blub es wäre toll wenn es für einen einen pip reichen könnte die geordi nerd youtube ok na sie weiß das ist mit piramid head machbar es kommt sowieso hauptsächlich auf die survivor an karte ist etwas zweitringiger und meine tagesform und so weiter und so fort sieg Vielen Dank. Oh, ich bin an der Killer Shack, das ist ganz gut. Das heißt, die Survivor fangen da nicht an. Okay. Ist ein Vergeigt, das wäre schön. Oh, ich wollte doch... Okay. Okay. Machen wir das erstmal weg. Stimmt, wir haben ja Ruin. Ja, die Kette der Tat, völlig egal. So, wir haben einen Haken. Okay. Okay. Nice. Fuck. Okay, okay. Er hat erfolgreich angetäuscht. Was mache ich da eigentlich? Der täuscht so viel an. Okay, jetzt reicht's. Ich muss gerne einen vortäuschen. Den hätte ich so oft verwischen müssen. Ich habe mir so outplayen lassen, das war total krass. Okay. 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 Das wäre schön gewesen. Kostet mich zu viel Zeit. Okay. Okay. Das gibt es doch gar nicht. Okay. 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 Not bad. Darf ich? No good. Na gut You know your shit Und you know your dead heart Nice Okay Ach du Scheiße Darf ich nochmal Na gut Okay Ah ha Good job once Das wäre natürlich cool gewesen But I don't think so Cool Cool Nope So Okay Sind die Generatoren da 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 Okay Okay Boom Okay Nice 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 So Try again Okay Fuck Langsam So Dann gehen wir nochmal zurück Gucken wie weit die so sind Okay Nicht so weit Ziemlich weit Vielleicht kriege ich ja mehr die Palette aus dem Weg Nein Kriege ich nicht Den Generator zurück Du bist extra noch verletzt Extra für mich Ah gut Dann komm mit ich Sind der Tat wahrscheinlich wieder Das ist keine Rösche Hab dich Hm Hm Hallo Hallo Guckst du Na gut Nice Hey Das war's Das war's a hit Hi So Jetzt darfst du deinen Die Strike auspacken Oh nein Was für eine Rösche Darf ich Oh Darf ich nochmal versuchen Das ist wahrscheinlich auch ganz offen Ach Gott Wie süß Na Was hast du noch Luke So Geh einfach raus Dankeschön Pip verlost ist auf keinen Fall Das ist vielleicht sogar ein Bonus Das match Halbwegs lang war 12.000 Nein Kein Pip GGs Jetzt wünschen wir uns alle GGs Okay Ich hätte noch gerne diesen einen Pip Diesen einen einzigen Pip So So Ah, noch was? Um 1,5 Sekunden Irgendwie ist das sehr seltsam Sollten sie 1, 2, 3 Sekunden oder sowas machen Eine Karte Karte ist schlecht Vielleicht tausche ich Ruhen aus Ruhen gegen Ständig Ich habe nichts, was Generatoren regressen lässt Hinterhaltigkeit Wir gucken mal, ich werde ja oft genug Stunt Dann kann ich das mit dem Pallet Respekten echt Nochmal etwas mehr sein lassen Ich schätze mal Er könnte boonen Mit so einer Karte macht das Sinn Ich wollte jetzt nicht riskieren, dass sie mein Dings innerhalb von 10 Sekunden finden und kaputt machen Mein Ruhen Ich muss mir ein bisschen mehr angewöhnen Der hat so gut angetäuscht Und das war so dezent Aber der hat das richtig toll gemacht Gegen noch nicht so erfahrenen Killer wie mich Dass ich nicht erkannt habe Dass ich einfach hätte nicht zuschlagen sollen Man kann immer noch zuschlagen Wenn ich sehe, dass die Animation beginnt Ansonsten hätte ich einfach Eine Viertelsekunde Halbe Sekunde hätte gereicht Weiter rennen und dann zuschlagen Dann hätte ich den sofort gehabt Das war total faszinierend Dass ich mich da So geil habe ausplayen lassen Er hat das halt auch gut gemacht Muss man neidlos anerkennen Und war definitiv gut In dem, was er tat Oh, Leary Okay Leary ist nice Da wäre Ruins Tatsächlich gar nicht mal so schlecht gewesen Das findet man dann hier nicht so leicht So Wir ziehen hier einmal komplett Okay Natürlich Hast du auf Sprintboost? Nein, hast du nicht Okay Da habe ich voll Glück gehabt Mit einem Haken zufällig Nein Wo haben wir denn einen? Wo ist denn hier ein Haken? Nicht furchtbar Okay Es sah weiter aus, als es war Irgendwas gehört? Könnte sein Es sah weiter aus, als es war Du hast es nicht mehr geht doch so und jetzt wird der generator gekickt beziehungsweise wird er ist wenn er so schön in die nähe tritt kriegt dann den generator immer mal Da ist jemand abgehakt. Ich glaube, das zählt schon genug, dass der D-Strike, falls du einen haben solltest, nicht mehr funktioniert. Hab ich da was gesehen? Ja, hab ich. Manche lernen es, manchmal lernen sie es einfach nicht. Sehr schön. Seid ihr alle da? Das ist ja mal cool. Hat er angefasst, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so ein anderes Kaliber als eben, würde ich mal sagen, oder? Das war dann dead hot. Und das ist GG. So, jetzt muss ich nur noch Nancy wiederfinden, die wahrscheinlich keinen Unbreakable hat. Okay. Ja, ähm... Was soll ich sagen? Das war noch nicht mal das genaue Gegenteil, weil letzte Runde war jetzt nicht ganz verkehrt. Aber das war jetzt so schnell vorbei. Und da ist mein Pip. Tolle Runde. Lass ich genauso stehen. Lurie ist eine Map, die richtig gut funktioniert mittlerweile. Ich musste kaum meine Fähigkeiten auspacken. Ah, da hatten wir einen Distract dabei. Das war aber nicht die Nancy. Die Nancy ist... Ah ja. Das war Nancy. Passiv. Der hatte sie... Cut. Oh, so eine rote. Wow. Roten Lokezile. So ist das ganz hoher war. Hihihi. Okay, das war sehr... sehr zufriedenstellend. Gott, das lassen wir genauso stehen. Mit der näheren drei. Mit dem Mietenkopf einmal einen und einmal alle vier. So. Wenn ich beim letzten Mal nicht... äh... sogar ein bisschen besser aufgepasst hätte... hätte das auf Ormond vielleicht sogar ein bisschen besser werden können. Der Ace war halt zu gut für mich. Okay. Nice. Ich guck mal gerade, ob es hier noch irgendwas gibt, was ich tun möchte. Ich brauche so an die Kästen auf. Äh... Ist hier ledig. Was haben wir hier? Flüchtlinge. Hm. Auf habe ich keinen Bock. Oh! Cool. Wenn auch immer ich das fertig gemacht habe. Äh... Das ist es mir geschenkt. Das mache ich als nächstes. Was ist das hier eigentlich? Dwight der Mutige. Als Dwight Fairfield. Okay. Interesting. Sing den nächsten Tag. Kate. Kate habe ich... nicht. Nee, ich habe den Uni einzeln gekauft. Ach du meine Güte. Interesting. Okay. Dann... verbrauchen wir noch ein paar Punkte. Der Mietenkopf muss immer schön geflögt werden. Und der braucht immer neue... Perks. Mh... Einheizen werde ich mit ihm wahrscheinlich niemals brauchen. Skirt Shock. Mh... 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 Oh, das ist eigentlich ziemlich cool. Ich mag das Block total gerne. Okay. So. Mh... 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 Apotheke? Yeah. Gut, rein. So. Dann noch ein paar... Ach, Apotheke ist von ihm, was Sinn macht. Er ist ja, ähm... Nicht ganz... Was haben wir denn da? Du und deine Verbündeten in 8 Metern Reichweite. Ah ja, das ist das Ding. Das ist Nachtwoche auf Deutsch. Und die Überlebenden in 8 Metern Reichweite. Überholen sich 20% schneller. Das ist gar nicht so verkehrt. Wake up. Das ist, glaube ich, nicht so interessant. So. Adrenalin ist schön. Unbreakable ist schön. Und... Äh... Wo ist es denn? Da, Nachtwache. Natürlich, die zwei anderen Parks von ihm sind schon auf Level 2. Soll ich... Oh, okay. Lass mal gucken. Aber heute wird er nicht mehr gespielt. Sondern... Äh... Ascherang 1 bin ich jetzt. Nächstes Mal Survivor wird dann... ...werde ich dann auch Bronzerang werden. Und, äh... Damit soll es für heute... ...erreichen. Ach, es ist so schön bequem hier. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.